ich auf deutsch übersetzen darf und herzlich willkommen zu einer neuen folge pubg zusammen mit dem kleinen baby bin kein baby ja ja meins nein doch schaut euch gerne die letzte folge an oder es kommt gleich zwei raus oder es kommen zwei folgen also zünderlande wie lange durch mit kann ich dann die folgen ja hochladen und das denn schon wieder weil ich gerade die hand hatte die schon drin jetzt ich mach gleich einen sturzflug ich bin gegen der wand geklatscht und hat es gelagt das lag dann an stream das ist durch so baby ich bin kein baby so hier guck sagst du nicht baby zu mir ja darf ich doch auch hast du mir doch erlaubt ich bin aber keins mal gut gelogen nein doch weil du gerne mal lübst wie du dein baby weil du Windeln trägst nein doch was sind Windeln kenne ich nie ja ja ich habe eine sniper wenn alle weg klatschen dachte kennst du nicht warum machst du dann da ist doch was dran na und ich bin mit deinem zerstes Marc hihi was bin ich dein zerstes Marc äh doch nein doch und mit Louis und mit dir das ist äh Louis kenne ich nicht ah ja die freche Nudel hey die wollte ich gerade nehmen und mit dir die ach nix ich habe zu viel zu verraten kommst du baby ich habe zu viel zu verraten ach nur so wo wollen sie hin ja raus aus dem Fenster tolle Antwort na du musst doch raus aus dem Fenster zu springen wieso habe ich auch gemacht die Tür der nimmt dann schon die langweilige Tür ich gehe nur für cooles durch das Fenster der will cool sein zu tun hä logik nicht vor allem ja genau fit und kleine Louis kenne ich nicht wer ist das dein Schülkamerad ach so der dein Baby den Mann dem man aufpassen muss warum das auch nicht wegläuft ja und vor allem frech ist frech ist auch mal gerne sag jetzt nichts falsch ist ja ist auch lieber besser nichts sagen der wird das jetzt hätte es wieder gesagt so wie ich wahrscheinlich nach dem Motto hätte es wahrscheinlich wieder gesagt oder sowas ja genau wie du sag ich ja ich gebe Kommentare fünf Aufrufe bei mein Supermarkt zum Redo schon? ja wie geht denn das Video überhaupt? na 28 Minuten das geht ja noch ja ich dachte das geht wieder eine Stunde oder sowas nee Gottes Willen besser kurze Videos als lange Videos ne ja aber ich gucke es uns keine an wie so lange Videos sind äh ja ja was ist mit OMC? kannst du doch zwei Teile machen nee macht ja keinen Sinn in meinen Augen na doch schreibst du da kommt Sportsitzung folgt könnte man theoretisch aber aber war es zu faul nö ja eben ja warum soll ich denn extra Minimum anders zu kürzen? nö ey nö ich brauchst ja nicht verkürzen du machst bis zur Hälfte bis zur 30 Minuten pausierst um sie sagt äh hier Sportsitzung voll Fortsetzung und dann machst du dann die Nitz manchmal sind das ja auch sind ja keine VODs gemacht sondern das sind ja einfach Livestreams weißt du wo du live übertragen oder sowas ja hab ich auch schon gemacht mein Schnucki na komm sag nö du sagst ja mein Baby ja ja stimmt doch gar nicht wir leben länger als 6 Minuten Freunde wenn es euch gefällt ey Freunde wenn es euch gefällt könnt ihr gerne liken abonnieren um weitere keine Folgen zu verpassen Patschi Supermarkt und alles so weiter so weiter und so weiter und so fort könnt ihr auch gerne meinen Sponsor angucken Instagaming also kommt alle drauf an auf den Preis hab ja nachgeguckt Freunde kriegt ihr 29 Rabatt 13% Rabatt wovon ist es eigentlich abhängig na von dem Preis und von den Spielen wenn einer kostet 100 Euro dann kriegst du 50% Rabatt kriegen das die Kunden oder was ja warum so viel die kriegen ja dann Rabatt 50% wenn du 100 Euro kosten würde und spielen da steht ein Auto übrigens ne oh dann nimmst du mit ich komm wieder zurück soll ich nur sagen ja dann nimm mit dann kommt sie mir sogar voll also alte Möhre oder selger schießt auf mich oder warte warum oder warte warte mal kurz an 3 steck aus wir wechseln mal schnell die Seiten wenn ich nicht warum ich fahren soll hey na weil ich was ausweichen kann siehste hab ich jetzt kein schade erleben weißt du wir haben auf die Karre geschossen ja aber die Karre muss ja leiden alter das zum schuss klatsch warte mal kurz warte mal kurz warte muss noch guten ja treffen kann er eh nicht ich hab ihn zu er schießt noch auf uns schießt noch mal kurz an wo hinten da auf der weise wo das feld ist also das ist irgend drottelisch ist Ich bin so wunderbar. Ich bin der Mözer. Ich bin der Schießt, Idiot. ab 1 weg ist noch nicht der demarkiert ist das das vor meine nase oder ist das so ungefähr und schießt ja auch mal hilfe pass auf dass du nicht erwischt wirst z gleich acht video wahrscheinlich schießt Naja, er heißt ja natürlich ja nix. Ich schreib gerade mit Nachtflake bei YouTube. Nachtflike. Warum schreibt ich über Discord? Hab ich auch eigentlich schon geschrieben, aber keine Ahnung. Auch gut, gell? Er hat auch Discord. Ja, ich weiß. Hab ihn doch auch als Freund. Ja, auch. Sechs Kommentare und sechs Aufrufe. Passt ja zu, perfekt. YouTube. Ich hab selten Kommentare auf Videos. Na ja, Nachtflake ist der Top hier. Kommentar bei mir, der sich nochmal aufreibt. In zwei Stunden, zwei Minuten kannst du weitere Leistungsdaten anbieten. Achso. Wann wollen wir? Haben sie versprochen? Ja. Wenn wir wach sind? Ja. Und weiter? Ja, nö, können wir doch. Ja, haben sie gesagt. Ja, hatte ich. Aber? Gibt's nicht. Wann wollen sie? Das Wort ganz. Wart doch mal bitte. Zwei Sekunden. Wir sind schon oben. Was? Zwei Minuten? Zwei Sekunden? Ja. 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 Ein Lutscher von Luise am Freund hat mich geschrieben. Was ist dein Problem? Als seine erste Nachricht. Wer bist du? Schreibt er Luise. Wo? Bei WhatsApp. Warum? Auf wen bezogen? Na. Ich hab gerade geschrieben, was ist dein Problem? Deine erste Nachricht. Wann schreibe ich, wer bist du? Schreibt er Luise. Hä? Versteh ich nicht. Seine zweite Nummer, oder was? Weiß ich doch hier nicht. Und warum schreibt er, was ist dein Problem, hä? Seine erste Nachricht war das. Raus. Da muss ich mal fragen. Habe ich doch, aber habe keine Antwort bekommen. Er ist fast wie Louis, der andere Louis. Wahrscheinlich, dass der andere Louis. Zwei Louis oder was? Ja, wahrscheinlich. Hab noch zwei Duplus, willst du es dir haben? Was kriege ich auch noch zu dir von dir? Süßes? Ich dachte, saures. Das ist saure Kurken. Äh. Gibt's auch saure Kurken. Hä, wo bist du? Ach so, kommst schon. Ja. Und, was ich das? Ja. Ja. Wollen wir heiraten? Ui! Warum, haha? Wir haben nicht mal getroffen, warum bist du nicht heiraten, ne? Logik? Na doch, wir haben uns schon getroffen. Nee. Äh, doch? Nee, haben wir nicht. Ich persönlich zumindest. Wen schießen sie da? Was? Auf wen schießen sie da? Irgendein Wand. Warum? Das ist Übung. brauche ich deine gucke sehen guck wir haben eine klasse da ist alexander ludwig sie können sie mal anders fahren hochgeladen länger ja ja aber nun bis hier guck nun kleines bisserl aber ich bin auch froh dass nachblick mich nicht bleibe die anderen holen und solle ich habe gesagt hauptsache nach fleck ist nicht so wie die anderen zu beleidigen nach fleck ist ja okay also schön schöner mann die fremd gehen ach so ich wollte gucken wie viel ich jetzt verbraucht habe am strom nächste stunde matte 417 bürrenpflaumen strom watt und insgesamt ne watt mein pc verbrauch jetzt 400 watt jetzt ja maximal war 417 und ich habe insgesamt 232 kilowatt kann ich gleich meine auto das rottmühle höre ich da nur ja der fährt er lang was lieber in die zone haben die schon ein auto gefunden warte mal kurz also meine älter verbrauchen gerade 342 watt und ich brauche 369 watt die sind bei 109 euro und ich bin bei 92 euro mit led wird es dann 500 watt so warum die unis die dinge na wie viel dann ungefähr wir wollen ein paar watt plus leds ja so 10 ja geht ja noch na laptop verbrauch hier wart mit watt ja ein laptop kannst du nicht mit leds vergleichen hallo na laptop kann ich mit led verbinden dann da kommt man mal an die schrottmühle die schrottmühle wenn die lato wofür brauchst du denn jetzt dass ich dann sehe wie viel ich dann insgesamt verbrauch kommst du und der auto da steht ein auto nehme ich mit mensch aktualisiert doch es alter 400 watt da muss ich mal auf die schnellste stufe einstellen neuer rekord kommen schon energie verschwinden neuer hat sich jetzt ventilator es ist winter jetzt vor allem ja dann macht das heißen ja aus ist jetzt über 32 grad wo die spitzen aber fenster ruf nö draußen ist es warm und scheitern sonne das ist bei der sache bei fenster immer fenster ruf da wird es ja wärmer hallo na bei mir scheint die sonne ins fenster rein ja ne hey gib mal gummi ah jetzt du alt schachtel saune schrottmühle warte mal kurz vielleicht du mal in den aus oder weiter nur kurz testen drücken sie es der g1 bitte und dann na dann komm halt mit mir mit wir fahren zusammen mal ein doch so komm stell dich neben mir ja ich will mal ein straßenrenn machen h 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 Also drück die Handbremse, W und Nitro. Welche Nitro-Taste? Da, diese Pfeiltaste nach oben. Stift. Ja. So, drei, zwei, eins, los, go. Ja, ihr guckt, meine Schraubmüde kommt nicht mehr in der Her. Das Kennzeichen wackelt. Okay, anhalten. Eine schöne Schraubmüde. Bleib so, bleib so. Jetzt kommt die nächste Schrottmühle dran. Warte. Sind sie bereit? Drei, zwei, eins, go. Hä? Oh, scheiße. Okay, deine hat gewonnen, stopp. Oh. Oh, machen wir die eine Schachtpfanz? Fick dich. Tschüss. Na klar, Mann. Haben wir eine Macke? Das ist bei uns nicht unbekannt, die Macke. Bei dir. Ja, das machen wir gut zusammen. Brenz! Wollen wir rückwärts? Top, brems. Klatsch. Hui, ich bin schon verbinden. Jetzt machen wir Spaß. Ach, Nachblick hat geschrieben gerade. Warte? Schon wieder. Ja, ich habe gerade YouTube-Studio-Benachrichtigung bekommen. Bremsen Sie! Brems! Geht dazu hier, guck! Nein. Die Karre rollt. Ja. Ist auch richtig, da will ich auch hin. Wir lassen aber nur rollen. Aus. Scheiße. Brems! Au! Oh, man! Oh, man! So, hier geht's. Guck. War das lustig? Ich habe einen Skin, und er ist Skin, der heißt Omega. Egal. Egal. Er klatscht alle weg und findet es mega. La 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 la. La la la. Ja, man, ich bin süchtig geworden. Ich bin süchtig, ich komme klar. Kennst du das Lied? Nee. Oh, nicht proben, bitte. Ich weiß doch gar nicht. Also, das Spiel, was ich mir kaufen möchte, oder die jetzt siehst, kostet ja nur 15 Euro. Ja, nur. Ihhh, bei mir kommt Weißes raus beim Fuß. Erst hier am Freitag der Finger hier? Sieht aber lecker aus. Hauptsache, es kommt kein Blut. Wie gestern. Ne, oder auch wie vorgestern. So, hier guck, Shelby. Ich bin auf Kotzen hier. Ich muss duschen gehen. Mach ich ja gleich. Hörö. Memo. Habe ich mit? Nö. Mach mal an. Lade du es gerne ein. Ja, ist klar. Natürlich nehme ich doch mit. Du darfst doch mit. Oh man, wenn meine Klasse sehen würde, welchen Kitten ich hier habe, alter, die werden ausrasten. Zieh ich morgen dann auch an. Ich mach meine Tastatur schnell sauber. Ich hab den Scan. Ja, mit Kotzen wird es aber nicht schnell sauber sein. Weißt du, wie ich mit die Auen putze? Dann, äh, ja. Na, ich hab doch solche Dinge bestellt bei Timo. Also so. Ja, brauch ich meine Oma. Meine brauch ich eine Grundreinigung. Bei mir kommt sogar Haare raus, hier. Ich hab mich so verdreckt, das meine. Ja, bei mir kommt alles hier gefühlt raus. Ui, ruhig. Wenn ich alle Tasten abmache und die mal abputze, tatsächlich, und abwische tatsächlich mit dem Lappen, ne, dann hält das ungefähr nur ein paar Tage, wenn es sich wieder verträgt. Ja, erstens wegen, äh. Erstens, zweitens, wegen. Ich weiß ich auch nicht, warum. Zweitens. Kann, kann man Tastatur überhaupt zerlegen? Alles nur wegen Tastatur. Ja, kann man. Klar, kannst du hier Tastatur abmachen. Ja, musst du aber aufpassen, dass du nix kaputt machst. Alles. Kann man nicht kaputt machen. Du musst nur am Ende wissen, wie du die Tasten wieder draufkriegst und es merken. Weil sonst hängt mich der D einfach an, da, das muss nicht hingehören. Du musst mich hier einfach wieder Tasten merken, dir. Weil sonst... Einfach ein Foto machen. Hast die Tasten, ja, hab ich auch gemacht. Dann hast du mich die Tasten irgendwann da, muss nicht hingehören. Ja, und dann wunderst du dich, hä? Was ist das? Hast das B auf der P-Taste, weißt du? Beispielweise. Das war auch nicht so toll. Bei mir kommt das Weiße raus. Beim Fuß immer noch. Ui. Klatsch. Hast du gesehen, wie ich gelandet bin? Ja. Du, Alter. Du, du, du Dickerchen. Klatsch. Darf man dich klären? Ja. Ich glaube, bist du schon vergeben. Klatsch. Ja, ich warte. Wenn man dich höchst. Also bist du vergeben, willst du mir damit sagen. Nee. Hey. Ja, warten wir jetzt. Fick dich. Ja. Warum? Man müsste doch wissen, am Mann, wem vergeben ist oder nicht. Mein Gott, ey. Aber in dem kann man das ja nicht nennen. Was? Ist ja nicht offiziell vergeben, Ronny. Hey. Hey. Mg.de. Nee, warum? Ach nur so. Also ich hab da eh keinen. Ja, doch. Ja. Aber ich bin ja aktiv aufsuchbar irgendeinem anderen, weißt du. Ja, außer mich. Oder auch nicht. Schatz haben wir den, aber ja. Nee, auch nicht. Wen? Der Funkel? Mehr ergibt sich doch nicht. Mit den Leuten, die mich da anschreiben. Ja. Und die nichts wären sie bei rum. Die tun ein bisschen schreiben und dann haben die kein Interesse mehr. So läuft das doch. Ist doch nichts anderes. Ja, außer wir beide. Ich bin schon gewohnt. Außer wir beide. Wir passen ja zusammen. Ich kenne schon ein bisschen länger. Was? Bisschen ist gut. Wen kannst du ein bisschen länger? Mich? Ich. Ja, da kennen wir uns doch schon länger als Alex. Den kennst du. Das könnte sein, ja. Ja, ich kenne dich schon seit elf bin. Oder zehn. Das übertreibt man nicht. Na, hallo. Elf oder zehn. 2020 kennen wir uns. Ja. Und wie lange kennst du, Alex? Nee, wir kennen dich schon seit elf. Wegen Euro Truck. Hast du doch nicht elf. Doch. Da war ich noch ein kleines Baby fast. Ja. Hey. Ja, nicht wirklich. Na, da war ich ja, bist du schon groß. Großhalts du. Ja. Hallo. Da war ich 20. Ich sag ja. Alex will ja, dass du den Satz an der bezahlst. Weil er kein Geld hat. Was? Liegt immer noch hier. Ja. Alex hat geschrieben. Ja. Hat festgetreten. Weißt du, was ich geschrieben hatte zu Alex? Nee. Baby wird dir erst Paket schicken hier, wenn du hier ihn versandbezahlt hast. Alter. Bist du auch zusammengezuckt? Warst du doch schon wieder. Nein. Nein. Dann hat er geschrieben, hier, hab ich geschrieben, wann. Hier, wann er es bezahlen wird. Ja, erst wenn ich wieder Geld habe. Wann hast du denn das geschrieben? Ach, letztes Mal, wo der mich drauf angesprochen hat, wegen Passant oder wie, äh, weil ich dich doch drauf angesprochen hatte, wegen Passant. Hat er mir geschrieben, dass ich den, also mein Land zur Stand ist, was er mir geschrieben hat, dass ich das bezahlen soll. Ja, hab ich auch geschrieben, dass er diese bezahlen soll. Hat er geschrieben, nee, ich werde das mal nicht bezahlen, ja, ja, weil er kein Geld hat. Ja, kann ich auch warten. Oh, nach dem Motto. Und all das ja auch nicht. Außer, dass er keinen Akku mehr hat. Wow. Wenn man dir schreibt, der ist vernünftig bei mir nicht. Ja. Wie gesagt, wie immer, mit dir kann man keine vernünftig Konservation halten. Ja. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Das ist ein Bullshit. Ich will, ja, weil ich auch kann. Was machst du? Den Fuß, ich brauch ein Taschentuch. Taschentuch. Mit Fuß operieren oder was? Ja. Ja. Ja, ich will doch. Ach, kann ich auch weglecken. Das ist ja ekelhaft. Dann leck ich dir was anderes. Aber gut, lass ich mir an der Stelle. Ui, weiße Sahne. Lecker essen. Wenn ich es rausführe, flutscheiße so. Weiß, wie ich hier trinken. Hier, weißt du, was ich damit meine? Ja. Ja. Und irgendwo habe ich ein Auto gewählt. Da kommen mehr weiße Sahne dann daraus beim Fuß. Ui, Sahne. Beim Fuß nicht. Aber es schmeckt eklig. Kommt woanders raus. Ui. Hallo. Ja. Ui, auf. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Tja. Ui, du war jetzt mein Rücken fest. Ja, wir sollen uns sonst festhalten, Meister. Was machst denn du? Hörst du was? Bist du am Tanken? Ja. Ist ja cool. Wie ein Fortnite. Na, aber ich habe es da im Sitz nur mal. Ja, ich weiß. Die weiße Sahne schmeckt eklig im Fuß. Tja. Wer ist jetzt lieber die andere Sahne? Oh, well. Was? Mit der Louis-Frage. Ob ich seine Sahne lecken darf? Ja. Hast du das auch schon mal? Ja. Hat es geschmeckt? Ja. Hat aber ein bisschen Salz gefehlt. Menno. Nur ein bisschen Spaß haben. Latsch. Wie viel Schaden hast du abgenommen? Na, nicht so schön. Doch. Hast du Schaden abgenommen ein bisschen. Na, nicht wirklich. Ui, da kommen noch mehr Sahne raus. Nur ein bisschen Spaß haben. Wie viel Schaden ist? Schießt du vor uns. Ja, da oben ist der Trottel. Ach, komm. Der kann es vergessen. Warte. Warte. Sahne. Sturm. Ja. Hab. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ui, noch mehr Sahne. Sahne. Aber das ist jetzt keine Sahne. Das sieht auch was anderes aus. Ohne Schere. Das sieht aus wie ne Popel. Ist ja ekelhaft. Das klebt auch. Hier, guck. Ja, das sieht fast aus wie ein Popel. Vielen Dank, das will ich jetzt nicht wissen. Hm, lecker. Die Zone kommt. Oh, ich lebe in der Zone. Nicht den. Nein, ich lebe nicht. Komm mit. Ich will den Weg hoch finden. Mann, ich will auch ein bisschen Spaß haben. Hm. So, hier, guck. Ja, genau. Ach, komm. Dann, dann fahren wir halt eben rückverziehen. Oh, nee. Fahr doch in anderen Weg. Oh, geht's nie. Oh, wann sie die Kiste haben. Na, die Kiste. Dass ich, dass... Ich muss schon was rumfahren. Ja. Na, ich will ja nicht, dass... Aber treffen muss er eh schon lernen. Na, komm. Lassen wir laufen. Klatsch. Ja, davon wäre halt eben ein anderem Weg. Auch nicht schlimm. Haben sie einen Bomben markiert. Höhöhöhöh. Höhöhöhöhöh. Ja, die Karre macht doch mit Tschüss. Da kommt, wir müssen so schnell wie möglich mit rummachen. Jetzt kann ich die Sahne weiterlegen. Hui, leg. Möchte auch ein bisschen Spaß haben. Ah, ah. Klatsch. Ja, du hast es ja schon. Was? Ja, du hast es ja schon welchen. Was? Na, Spaß. Ja, und eine Sahne. Du hast es mir auch erlaubt. Das hast du nicht vergessen. Mit. Wollen wir eine Lücke kuscheln? Klar. Und ich bin trotzdem neidisch. Also nicht. Mich will keiner. Doch, ich. Doch, ich will dich. Und weil du mit Luis? Der kann ausgesetzt werden. Aber du hast doch trotzdem ein bisschen Spaß, hm? Aber nur ein bisschen. Komisch. Nimm verbannt. Ich weiß es ja nicht, wie der zu dir steht. Interesse an der hat. Interesse an der hat. Na, Luis. Ah. Interesse an der hat. Keine Ahnung, kenne ich ja nicht. Hier wird geschossen. Fahrzeug? Ach, kann liegen bleiben jetzt. Du solltest eigentlich mitnehmen. Wann soll ich mitnehmen? Komm, komm, komm. Das ist jetzt eh zu spät. Fahrzeug. Hast du nicht erwähnt, glaube ich? Na doch. Jetzt haben wir kein Fahrzeug mehr. Doch, ist der 1 0. Ja, siehste. Was für ein Zufall gleich. Der Tag, die leer ist. Vorausgesetzt. Ja. Siehst du das Auto? Ja. Warte, ich nehme Schmerzmittel. Warten Sie. Aber wenn es auch nichts hier voll werden. Na, Schmerzmittel. Essen. Alter, hab ich klikato. Der ist von oben, kommt ja irgendwo. Äh, von wo? Du, du hast wieder einen Weg. Ja, natürlich. Na, gibst doch zu, dass du einen Weg hast. Wieso? So, du auch nicht. Oh, 90 Minuten. Wo hatte ich noch eine Antwort von Nacht, Flicky? Ui, Nacht, Flicky. Naja, ich gehe jetzt durch. Naja, Freunde. Da würde ich sagen, wir sehen uns dann noch eine Folge der Partie Teil 3. Bis dann. Und, ich gehe jetzt raus. Und, ich gehe jetzt mitıyı. Also, ich gehe jetzt da sind, dass du noch ein Coll Herni exfolierst, Und, ich gehe jetzt auch mit dabei zum Beispielen. Und, ich gucke dir du, lastственно,lich. Ja, danke.